Ja, herzlich willkommen meine lieben Rollerfreunde hier zum technischen Beitrag, sage ich einfach mal, bei mir in der Werkstatt. Ja, Hilfe, mein Wandler macht Geräusche, ist heute das Thema. Der Wandler unterliegt einem, ich sag mal, extrem hohen Verschleiß. Ja, er wird heiß durch die Kupplung, er wird heiß durch den Riemen, es ist immer Reibung da. Und was passiert im Endeffekt? Eure Lagerung, die im Wandler sitzt, auf die Getriebeeingangswelle kommt, gehen kaputt. Die schlagen aus, die kriegen zu viel Spiel. Dadurch machen die extreme Geräusche. Ja, ich bin gerade dabei, für mein SKR-Projekt mir einen Wandler zu revidieren. Das heißt, der bekommt neue Lager, neues Fett, wird auf Verschleiß geprüft. Er bekommt eine etwas härtere Gegendruckfeder und eine, ja, und härtere Kupplungsfedern. Ja, so, natürlich, wenn die Lager kaputt sind, man kann sich einen neuen Wandler kaufen. Nur bei den Maxi-Scootern kosten die Dinger mal schnell 100, 150 Euro. Und das muss einfach nicht sein, nur weil ein Lager kaputt ist. Ja, ihr schmeißt ja auch keinen kompletten Motor weg, wenn die Hauptlager kaputt sind. Die wechselt ihr ja auch. Und so geht das beim Wandler genau, das ist dasselbe Prinzip. Ja, ihr dürft natürlich dann nicht bei Roller-Dealern kaufen, weil die verdienen an den Lagern ein Schweinegeld. Sage ich euch ganz ehrlich, da kostet so ein Lager 15 Euro, 17 Euro mit Versand. Und das muss nicht sein. Ich bin jetzt mal auf die Suche gegangen, Spurensuche sozusagen, habe die alten Lager ausgebaut, ausgepresst, ausgeschlagen, wie ihr wollt. Und habe die Lager gemessen mit einem Messschieber. Ja, wichtig ist, wenn ihr nach Lagern sucht, ihr müsst als allererstes den Innendurchmesser angeben. Der wäre jetzt 17. Ich habe das hier unten mal aufgeschrieben. 17. So müsst ihr das auch eingeben. Außendurchmesser. Oh, der ist jetzt 35. Ich meine zwar nicht das Lager, aber ist egal, dann nehmen wir das. 30. Ja, und die Stärke ist 7 Millimeter. Wenn ihr das so eingebt, egal wo das ist, ob ihr jetzt in der Bucht das eingebt oder auf Goggle, der schmeißt euch die passenden Lager raus, wenn die nicht speziell sind. Und die sind nicht speziell. Ich habe hier vier Stück von denen gekauft und vier Stück von denen. Das ist das innere Lager, was auf der Welle sitzt, vom Wandler. Und das ist das äußere Lager Richtung Kupplungsglocke. So, und ich war echt überrascht. Ich habe jetzt für die vier Lager inklusive Versand 6 Euro, ich glaube 90. Und hier war das genauso. Wo die erstmal herkommen, die Firmen, die diese Lager verkaufen, werden sich nicht irgendwo in den Pelz setzen und schlechte Qualität verkaufen. Das können die sich gar nicht erlauben. So, dann ist da eine Staubschutzkappe drauf auf den Lagern jeweils. Ihr habt ja auch Abrieb, etc. Das fliegt euch dann da rein und zerreibt euch auch das Lager von den Kupplungsbelegen. So, dann will ich euch mal was zeigen. Ich will hoffen, dass man das hört. Das war das Lager, was Richtung Kupplungsglocke gesessen hat. Kann man, glaube ich, nicht hören. Es lässt sich gar nicht drehen. Ja, ich kann hier mit dem Finger versuchen. Es lässt sich nicht drehen. Es ist so kaputt. Das rubbelt so dermaßen. Ja, das schmeißt man weg. So, hier das Neue. Das lässt sich ganz leicht drehen. Ich mache da mal einen roten Strich drauf, damit man das sehen kann, dass ich das mit dem Finger drehen kann. So, da ist der Strich. Schaut mal hier. Ganz leicht. Ja. Also, das ist schon wirklich gut. Es kommen halt viele Geräusche schon mal aus dem Vario-Deckel. Sag ich jetzt mal. Viel ist es die Variomatik, dass da die Gewichte verschlissen sind. Ausgeschlagen ist die Variomatik. Es können dann aber auch Geräusche vom Wandler kommen. So, und dem müsst ihr dann auf die Spurensuche gehen. Und dann revidiert ihr den. Überlegt mal. Jetzt ist das ein bisschen Arbeit. Die zwei Lager. Fünf Euro. Und ihr habt wieder einen gut funktionierenden Wandler. Ja. Wenn ihr die Lager nicht rauskriegt, demontiert den kompletten Wandler. Ja. Hier sitzt ja das kleine Lager drin. Das äußere. Richtung. Na. Richtung. Kupplung. Ja. Und hier. Das ist das größere Lager. Das sitzt auf der Getriebeeingangswelle. So, Freunde. Und damit ist das Thema schon durch. Ja. Ich will hoffen, ihr habt hier Spaß gehabt bei der technischen Unterhaltung. Ich konnte euch mal wieder weiterhelfen, um Geld zu sparen. Ja. Und die Teile werden ja auch rar. Viele Roller werden geschlachtet. Da bin ich ein extremer Feind von. Solange Papiere für den Roller da sind. Und der ist einigermaßen, sagen wir mal Zustand 3 von der Karosserie her, wird der wieder instand gesetzt. Ja. Natürlich kann man, wenn man den Roller schlachtet, ein bisschen mehr Geld verdienen. Aber ich bin da kein Freund von. Es werden immer und immer weniger. Ja. So. Und es wird Tage geben. Dann werden wir diese Teile noch suchen. Ich schwöre es euch. Gut. Ich bin jetzt in einem Alter, ich vielleicht nicht mehr. Ja. Aber ich sag mal, so meine Kinder. Ja. Die Generation. Nach mir. Und dann gibt es nichts mehr zu kaufen. Mittlerweile, die Preise sind extrem explodiert. Im Internet. Ist egal, wo man guckt. Irgendwie haben die alle den Knall nicht gehört. Ja. Die kaufen China-Ware auf. Ein Appel und Ei. Und dann kostet das Ding auf einmal einen hundertfachen Preis. Ja. Da bin ich gar kein Freund von. Deswegen arbeitet bitte alte Teile auf. Es gibt wirklich nichts über gebrauchte, gute gebrauchte Originalteile. Das sag ich euch jetzt. Ja. Wenn ich mal sehe, ich habe die Kupplung abmontiert. Hier. Die ist in einem mega Zustand. Ja. Ich drehe die um. Ich gucke. Surflex. Eine Surflex-Kupplung drin, Freunde. Ja. Das ist mit das Beste, was es gibt. Und deswegen haltet an den Alt-Teilen fest. Gut. Wenn ihr neu seid und euch das gefallen hat, lasst ein Abo da, ein Like, ein Kommentar. Ich würde mich freuen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Das Wetter soll jetzt am Donnerstag besser werden. Also aufsatteln auf die Karren und mal wieder eine ordentliche Runde drehen. Ciao.